ein chaotisches hallo und herzlich willkommen zu einer folge auf der map farmland und heute mal ohne den patrick 4x3 wir haben keine guten drinnen wahrscheinlich ja schauen wir mal was es so wird ich habe gerade vor der aufnahme halt also wir spielen uns halt immer ein eine runde lang habe ich halt per looten gespielt 4x4 ich war halt alleine gegen drei vierer teams ja gut aber aber als bis zum letzten team halt überlebt aber die haben mich halt dann zu viert folge gibt angegriffen kann ich jetzt nicht so viel machen oh mein gott was macht er warum schubst er mich runter ich hätte zum anderen team gehen aber näher verhindert verhindert als ich zu einem anderen team g das ist wieder die logik von den von den noobs also dann baut er selber das bett ab natürlich die logik ist ja dumm anscheinend sie haben einen eisenblock genau sie haben einen eisenblock zwei buttons sind schon zu start unseres ist noch nicht dabei gewesen das ist ja schon mal was und es war glaube ich sogar von unserem teammate ja unser team hat es abgebaut wow im preis jetzt brauchen wir eine stein picke oder eine eisen picke war letztens mal ich glaube gestern war es ich habe mich so eingespielt auf armland erst nach elf minuten war das erste bett erst weg gg es beim natürlich mit bogen und alles klingen viel noch bei kaffee ja ich habe mich schritten können aber es sind alle betten daran außer unseres also haben wir die runde schon so gut wie gewonnen würde ich sagen ich versuche jetzt zuerst mal nee das ist unser team mit dem muss ich nicht angrafen ich dachte gerade dass er sich gesaved hat aber ja und ein zweiter kill nice rot habe ich beide noch grün und dann bla und dann schreibt aber ich bin zu inkompetent gott gewesen ich hätte ihn einfach nur gut hätten müssen aber mit dem spiel nämlich sitze also gar keinen weil ich nicht schaffen xd ok grün ist auch vernichtet ok jetzt noch blau ich hoffe erst die kann oben haben sie bauen sich gleich an ja nice sie kämpfen in der mitte ich möchte ja nicht schauen aber ja aber solange sie nicht helfen und sich ein bohren kaufen ist es noch gut eigentlich wenn man so sagen kann es ist meine chance ja und dann ja ich glaube der ist auch da und jetzt noch der letzte leute schaffen wir das schaffen wir das schaffen wir ned nein 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 ah ist ein crop amart und der team hat glaub ich mit eisen blöcken zu hoffe ich auf jeden fall ja der letzte muss natürlich mit koppen spielen ok den kriegen wir aber auch noch denke ich wenn der full gibt denn ich helfen würde aber man muss ja mit 13er bogen drauf gehen weil sonst schafft man es ja nicht und wenn ich nach nachdem ich so zehnmal gestorben bin hole ich mir dann auch ist so immer beschweren über die die irgendwie gold oder so spielen und dann es selber machen ja gut habe ich gesagt ich kann jetzt nicht wirklich was machen also ich gehe daher ich habe nicht mal essen dabei das ist das problem ich dachte was ich sowieso schon davon sterben werde aber okay ich versuche oh mein gott und ich glaube er ist runtergefunden und wir haben glaube ich gewonnen oder ja gg leute dann würde ich sagen lasst ein like da wenn es euch gefallen hat ein abo um keine weiteren videos verpassen und wenn ich jetzt zum beispiel alleine aufnehmen oder patrick ob er halt zum beispiel 8 mal einspielen soll weil wir halt dann alleine sind ja schreibt in die kommentare und damit sagen bis zum nächsten mal